und ist er aussteuern zerstört Schüsse den nicht erreichen können Fisch mit dem Legen trinken und weiter geht's Das haben wir glaube ich fast in jedem was so ein blauen Stein wird Das ist schon komisch Okay der rührt anscheinend nicht so so gesprungen Das finde ich sehr angenehm Und so gut machen wir genug Damage Und wir kriegen einen Ranger Ne Tears ab Oh das ist sogar noch besser Okay Was man auch zum Cancer auch zu wissen muss ist Wenn man eigentlich Also wenn man so genug Tears ab aufnimmt Dass man eigentlich Maximum an Tears hätte Dann kann er das nochmal verdoppeln Heißt der kann das doppelte von dem eigentlich möglichen Ähm Tears kann er machen Ich mein das waren Wings ne Ne auf jeden Fall Wir nehmen es einmal schneller und können fliegen Heißt Ähm Ist schon besser Das sind die zwei Herzen jetzt Ähm Ja Nicht so gut dass wir die jetzt los sind Klar Aber So fliegen ist immer gut So fliegen ist immer gut Ähm Und links ist auch immer gut Ah ne es war gar nicht in der Ebene Das war in der Ebene davor Wo noch der eine Schlüssel war Die wir nicht erschrechen können Obwohl warte mal jetzt Da wir das haben Die äh Demon Wings Demon Wings Könnt man eigentlich da unten in den Opferstraum gehen Oder Ja Dann können wir hier beim Einschicken Kein Damage Und nur beim Jaws gehen Als es jetzt zwar überhaupt nicht gelohnt ist Aber auch egal Ist ja nur ein halbes Herz Ja Nur Ein halbes Herz Ich wundere mich jetzt so ein bisschen Was schon nur zwei Fliegen gespawnt sind Normalerweise spawnen Drei Hm Da wird das irgendwann umgeplasht Was ich nicht mitbekommen habe Naja was auch immer Weiter gehts Die Tiefen 1 Die Tiefen 1 Äh so Das ist aber jetzt sogar nicht HP Das ist jetzt auch nicht mehr so gut Schon HP richtig dicht Wir haben aber genug TPS um alles Ähm Aufschnellste Kapuze zu Dann mal Die Maske Das war so Ich hatte hier ein bisschen zu dodgen Entschuldigung Das war so äh Erkältet Wenn das mal Muss mich da manchmal scheiß bauen Ähm Teleport ist ein Kack Item Aber Ach Dann Da haben wir doch genug Möglichkeiten Um das in eine Collection reinzupacken Das ist wirklich jetzt kein Muss Da irgendwelche Herzen zu disken Wenn wir da schon eh so wenig von haben Wenn wir da schon eh so wenig von haben Ich hatte schon Das ist auch kein gutes Item Das sind giftige Bomben Also das alles gibt die einmal plus und Bomben und dann sind alle Bomben die du legst sind giftig Das ist nicht Das ist nicht Das ist nicht Das ist natürlich sehr gut Das ist natürlich sehr gut Das ist natürlich sehr gut Da wir noch nicht in tiefen 2 sind ist das sehr gut Was auch immer Das ist gut Das ist gut Das ist gut Okay Was auch immer Was auch immer Weck mal auch locker über die Stacheln zu überfliegen Können uns kein Damage machen ist aufpassen ist alles gut gegangen man merkt schon je weniger herzen man hat um mehr passt man auf dass man nicht gehittet wird die würd ich sagen öffnen oder machen wer weiß das alles nicht speed up sauber 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 die Masken ist immer ausreichend könnte mich ganz ekelhaft sein wenn die einmal so eine Art Himmel haben und zum Glück die anderen Masken sind noch nicht gekommen die Kombination von Gegner hatte ich aber manchmal auch noch nie also diesen Strahlemann gut dann durch eben noch das halbe herz was da unten im Schaum liegt und ich sagen machen wir auch den Boss nehmen dann das Seelenherz auf für ein HP ab wenn jetzt so irgendwie bloat oder so als was kommt und ey wer vor und das geht ja eigentlich immer so können wir durch den ganzen Lack weg und müssen sich jetzt einfach mal hier nein Was ein Arscher. So. Guppys Head. Ach ja, Guppys Head macht das. Man kann es benutzen und dann spawnt man fliegen. Ganze 3. Ja. Ist jetzt nicht so das beste Item, aber... Naja. Immer noch besser als gar nichts, ne? Ich nehme mir hier sofort das Seelenherz ein. Zum Seelenherz muss man wissen, ähm... Wenn ich jetzt irgendwo Schaden nehmen würde, wäre das Seelenherz jetzt weg. Deswegen sollte man das Seelenherz normalerweise immer nach dem Boss nehmen. Ähm... Weil es sich auch immer vor die normalen Herzen stapelt. Nur halt eben die Schöpfungsherzen gehen dann nochmal. Stapeln sich nochmal da vor. Das ist... Die Dome Ranger. Okay, schneller sollte ich nicht werden. Das kann ich überhaupt nicht mehr gönnen. Gucken wir mal, wo der Boss da muss. Ich muss auch wissen, jetzt hier in der Ebene können wir nach dem Boss nicht mehr Staus. Das war mir da sehr schön gemacht. Ähm... Die Fliegen wollen heute nicht anwerfen, weil sie denken... Ach, der... ...lieber beim Spieler. Aha, ich könnte mich hätte das Item nicht mitnehmen sollen. So... Wie können wir denn noch schneller, denn eh können wir noch viel schneller werden. Ich könnte mir das trotzdem... ...haben wir bis bis... Oh, okay... ...warte... ...warte... ...gut... ...kann ich hier was ausprobieren. Nämlich ein kleines Trick, bei dem... ...so, nämlich mehrfach spenden. Weil es nämlich nicht so mit dem... Ähm... Weil wenn man eher mal Schaden nimmt, dann hat man ja kurz dieses... Unverwundbarkeit, äh, diese kurze Unverwundbarkeit, ich zeige. Gut Deutsch, ne? Ähm... Ja. Und da kommt das, ähm... Alter, nicht so schnell hinterhängt. Da kommt einfach mehr vor. Sprennen. Alter, schon zwei... ...äh, ich bin in den Fall verloren, für nichts, für... ...äh, naja... ...ihrober. Sehr, die Käfer dir mit Sicherheit nicht gegen, ähm... ...Kennzeit tauschen. Ganz sicher nicht. Äh... ...äh, das sieht nicht ganz so gut aus. Wir haben nur noch zwei Herzen. Die Fliegen greifen natürlich nur die unverwundbaren Fliegen an. Das ist, äh, immer sehr nett. Ist ja schon programmiert. Muss ich dir auch sagen. Wenn ich nicht oberen. Naja. I am in den... ...unerhöhlichen... ...hier rüber. Ey, Chuck. Chuck, mal per re... ...ich auch nicht, ja! so dass der Typ mich hat so ein kleines Trick bei dem Boss wenn er einen antarzt kann man ihn in die Bombe setzen geht davon immer damage und er bleibt dann auch immer die Zeit stehen Null die Gegner können auch noch mal ganz nervig sein ich werde sehr viel hüpfen sehr viel hüpfen ich stelle die mal eben kurz was noch mal aufzumachen nicht einfach die blaue Form oder nee war es die schwarze? nee das war die blaue Form die blaue Form war die Schuhe sie dann ekelhafte Gegner schwarzen das wird sie dann mit sehen einfach mal einen Hit nehmen ähm weil das sehr toll ist jetzt nehmen ist immer gut ich bin schnell in Isaac ähm weil man immer so viel herzlich findet ist das immer gut in Isaac einfach immer wieder ohne die Geld zu gehen und jetzt haben wir die Box ich bin am überlegen ob ich die Pille nehmen soll ähm aber es ist auch zu schluss ganz wenn es irgendwie HP oder Tears down ist dann bin ich da etwas am Arsch der entweder meine DPS oder ähm meine AP nach weiter gesunden wird also lass ich das einfach da liegen mit bei 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 Vielen Dank.